Wagen 47 kommen? Bist du verliebt in mich? Pst, ich bin halt ein Trottler. Warum sind sie eigentlich bei der Polizei hinausgeflogen? Ich hab mit einer Frau von einem Vorgesissen geschlafen. Wie geht's deiner Frau? Du Arschloch, ich geh jetzt hier auf! Jetzt hören Sie mal zu, die alte Schadstrommel! Ich weiß, wer der Mörder ist. Wer? Der Piefke. Wieso? Die Mörder sind immer die Teutschen. Trautl! Pass auf! Vielleicht kann man die Tierrettung noch rufen. Die Tierkörperverwertung kannst du rufen, Frau Weyler. Bulli! Wird ein Tät? Bleiben Sie sofort stehen! Du, ich muss dann langsam was der, der jetzt in der Straßenbahn geht. Normalerweise, wenn der Mann sowas sagt, dann will er testen, ob er die Nacht bleibt. Also, wir können... Au! 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 Na bitte. Der Standort von Wagen 47 ist uns bekannt. Ja, Standort durchgeben! Misslbach! Bleiben Sie sofort stehen! Ich weiß ja, wer der Mörder ist. Wer? Der Pietre. Wieso? Die Mörder sind immer die Deutschen. Herr Odel. Mensch秒. compared ... trimmer Cenonstionen Er? Perché? Er ?